Servus, ich bin euer Heubel von den Franconian Vipers und wie ihr seht schon auf der IWA und mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG. Mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und, ja, viel Spaß auf der IWA 2018. Wer hat den Dix an? Airsoft! Danke! Friede! Kannst du mal hier die Maske... Ja, die Maske. Servus Leute, willkommen auf unserem YouTube-Channel der Franconian Vipers und wir sind hier auf der IWA bei ICS und hier gibt es ein paar Neuerungen. Und zwar haben wir neu die Jag-Serie, die ganz gewohnt in verschiedenen Größen und Farben verfügbar ist. Wir haben jetzt einmal hier die mittlere Version, dann gibt es die noch als DMR auch noch, beziehungsweise, ja, mir wurde ja gesagt, ich bin zu ernst, genau. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen Lockerheit da reinbringen. Und natürlich die kurze, beziehungsweise eine K-Bahn-Version und so, naja. Geplant ist, dass die Waffe mit dem neuen SSS-System ausgeliefert wird. Für Deutschland erstmal noch nicht, mal wieder. Aber, wie gesagt, Begadi kann das Ding anbieten und kann es dementsprechend gleich nachrüsten für euch. Das Markante ist das neue Rail-System im Key-Mod-System und dem leicht ausgeschnittenen Abschluss vorne. Ansonsten bleibt alles gleich, geteilte Gearbox, auch die Internals bleiben gleich. Und damit fährt man eigentlich bei ICS schon jahren immer gut. Jetzt haben wir das neue MMR-System, ebenfalls zwei verschiedene Farben oder meines Wissens nach sogar drei verschiedenen Farben. Also einmal das TAN, das Schwarz und eine Mischung, wie aus der Mars-Serie schon gezeigt. Die Internals, auch hier gleich im Vergleich zur Mars, beziehungsweise zur Jag-Serie, ist alles das Gleiche. Auch ebenfalls drei verschiedene Größen. Wir haben einmal das Carbine, die kurze und das DMR-Version. Auch hier möglich mit SSS-System. Einfach Begadi anschreiben und dann ist das auf jeden Fall überhaupt kein Thema, dass ihr das kriegt. Was hier auf jeden Fall... Hast du schon? Nö. Okay. Ja, mein Kameramann ist nicht so fähig, wissen Sie. Also, wir haben auch hier ein neues Rail-System, jetzt von Begadi nachgerüstet, das M-Log-System. Die Jag im Key-Mod und die MMR im M-Log-System. Bringt eine gewisse Modularität mit und dementsprechend auf jeden Fall eine Bereicherung für die ICS-Serien. Weiter beim Stand von ICS, die neuen Pistolserien. Wir haben die altbekannte BLE natürlich, jetzt schon seit knapp zwei Wochen bei Begadi in der Generation 2 schon verfügbar. Und jetzt bringt uns Begadi die XF-G auf den Markt. Ist ein wenig so ein Glock-ähnlicher Abklatsch, finde ich jetzt nicht. Glock. Was ist da noch drin? Fällt euch was ein? Ein bisschen ein Little Bird. Ein bisschen ein Little Bird, also teilweise P226, finde ich auch ein bisschen, vom Mag-Release oder vom Zerlege-Pin. Ansonsten, genau. Also wie gesagt, altbewährte Technik, die sich in der BLE Alpha schon bewährt hat, ist auch hier verbaut. Wir haben eine sehr hohe Gaseffizienz. Man kriegt mit einem Magazin, also mit einer Gasfüllung im Magazin, fast vier Magazinfüllungen BBs raus. Haben wir auch getestet, wissen wir schon. Und dementsprechend auf jeden Fall gerade an Spieler gedacht. Okay, also machen wir weiter. ICS-Pistolen. Wir haben hier die Makarov NBB. Ja, das war's. Dann auch hier die XPT-Kompakt mit ähnlichen Sicherungshebeln wie beim M1911. Das ist der zugehörige Magazin und die Ergänzung, um ein längeres Magazin anzubringen. Alternativ gibt es auch hier noch das kleine Magazin. Das ist ja Chrom. Okay. Und ja, also dementsprechend in verschiedenen Größen erhältlich und auch hier relativ hohe Gaseffizienz möglich. So, weiter bei ICS haben wir das Hera Arms Modell in Kooperation mit ASG, mit ICS. Und zwar haben wir hier einen kompletten Umbauschaft. Also der Umbauschaft, sag ich mal gleich, ist einzeln nicht erhältlich. Also man kann es nur so im Komplett kaufen. Lediglich der Frontgriff hier vorne ist, wird einzeln erhältlich sein. Und ansonsten gibt es hier noch zu sagen, wir haben hier den Motor drin. Dann haben wir hier das komplette Batteriefach. Das ist alles Batterieunterbringung. Und darauf legen sie auch sehr viel Wert, dass man relativ große Batterien unterbringen kann. Technisch ist es auf einer Transform 4 basierend und wird dementsprechend auch im Komplettset angeboten. Bin gespannt, wann das bei ICS verfügbar ist. Was noch dazu sagen ist, es ist ebenfalls hier mit dem SSS-System kompatibel und kann auch genutzt werden. Das Führen der Waffe ist hier auf jeden Fall wesentlich angenehmer als jetzt zum Beispiel bei einer normalen. Ihr habt es schon gesehen, ich bin so ein bisschen so dieser Ballpupp-Freund. Ich meine, da hier haben wir jetzt keine Ballpupp, aber es ist trotzdem ähnlich von Führen her wie die PDR. Einen Review zur PDR verlinke ich euch oben. Und dementsprechend das Führen der Waffe, der Handguard ist jetzt schon gebrochen hier. Und dementsprechend ist das Gewehr einfach sehr einfach zu führen, auch im CQB-Bereich geeignet. Und ja, ich bin gespannt. Sie soll im August diesen Jahres soll sie auf den Markt kommen mit circa 450 Euro, also ICS-Normalpreis. Und auch noch dazu zu sagen ist zum Beispiel, es ist Herra Arms Markings drauf. Also wir haben alles, was Herra Arms ist, also heißt Stock und der Frontgriff, alles original auch in Deutschland gefertigt und wird dann bloß auf die ICS aufgeschraubt. Gut, das war's von ICS. Ich verabschiede mich, euer Heubi. Ciao.